Guck mal hier, das bin ich, wie ich eine Festplatte aus meinem laufenden Home-Server-Plattenverbund abziehe. Einfach, weil ich wissen wollte, was dann eigentlich genau passiert. Da läuft nämlich Unraid drauf und das verspricht, dass eine einzige Sicherheitsplatte oder genauer Parity-Platte beliebig viele andere Platten absichern kann. Hä, wie soll das denn gehen? Also nochmal ganz konkret. Ich habe vier Datenplatten in meinem NAS, jeweils 5TB groß. Also 20TB Daten passen da drauf. Und dann habe ich eine 6TB große Paritätsplatte. Und laut Unraid kann hier jetzt bei mir eine beliebige Datenplatte ausfallen und die kann dann mit Hilfe dieser Paritätsfestplatte rekonstruiert werden. Das heißt, die Daten sind nicht verloren. Also was weiß ich, 50TB, die von einer einzigen 6TB Paritätsplatte geschützt werden. Okay, sagt ihr jetzt vielleicht? Ja, wie das funktioniert, wie das konkret aussieht, wenn so eine Datenplatte ausfällt, ob es einen Haken gibt, das seht ihr alles in diesem Video. Und über normales RAID sprechen wir natürlich auch, nicht nur über Unraid. Liebe Herkerinnen, liebe Internet-Surfer, herzlich willkommen hier bei… Komm runter. Der und der mischen sich nicht ein. Leute, die NAS oder einen Homeserver verwenden, sind ja oft einigermaßen datenschutzsensibel. Statt irgendwelchen Cloud-Anbietern die eigenen Daten anzuvertrauen, hostet man die lieber auf eigene Hardware. Aber leider hinterlässt man ja auch an anderen Stellen überall irgendwelche Daten. Und die wiederum werden von Datenbrokern gesammelt, analysiert und oft sogar in Form von detaillierten Schattenprofilen verkauft. Incogni, der Sponsor dieses Videos, sorgt dafür, dass eure persönlichen Daten gelöscht werden. Dafür stellt Incogni Anfragen an etliche solcher Datenbroker und fordert die Löschung an. Und das vehement immer wieder. Ihr müsst euch um nichts mehr kümmern. Also, wenn ihr Angst vor Identitätsdiebstahl habt oder ihr einfach genervt seid von Spam-Mails, Werbepost oder sogar Robocalls, dann solltet ihr euch Incogni mal anschauen. Mit dem Code CT3003 unter incogni.com slash CT3003 bekommt ihr einen exklusiven Preisnachlass von 60%. Ja, ich habe mich neulich beim Mittagessen in der Heisekantine mit Kollegen unterhalten, die sich ziemlich gut mit Netzwerkspeichern und Co. auskennen. Und als das Thema dann auf Unraid kam und ich dann erzählt habe, dass Unraid ja verspricht, dass damit beliebig viele Datenplatten, auch nachträglich, einfach mit einer einzelnen Parity-Platte abgesichert werden können. Ja, da war mindestens ein Experte dabei, der meinte, ja nee, das kann doch gar nicht sein, das geht doch gar nicht auf, dass man irgendwie 50TB hat und die werden dann durch eine viel kleinere Platte abgesichert. Also, nur ein Kollege, ich will jetzt hier nicht die Kompetenz der CT-Redaktion irgendwie in den Dreck ziehen. Und ja, wenn die Kompetenz auch sehr hoch ist in der CT-Redaktion, ich finde, man kann auch mal was nicht wissen. Ja, und ich muss auch zugeben, dass ich mir das irgendwie auch nicht wirklich vorstellen konnte, weil es sich einfach unlogisch anhört. Aber klar, das ist ja ein zentrales Feature von Unraid bzw. auch Raid, deshalb wird das natürlich schon stimmen. Und wenn es nicht stimmen würde, wäre es auch längst im Netz debunkt worden. Und bestimmt haben auch welche von euch da draußen schon Platten über normales Raid oder Unraid wiederhergestellt. Aber ich wollte das jetzt einfach mal mit eigenen Augen sehen, was da eigentlich passiert, wenn da eine Platte wegbröselt. Fand ich halt super interessant. Und wenn ich selbst was interessant finde, dann ist das zumindest manchmal ein Indikator dafür, dass von euch da draußen das auch einige interessant finden. So, und ganz kurz hier nochmal eingeschoben, was ist eigentlich Unraid? Das ist ein Homeserver-Betriebssystem, mit dem man sich mit einem beliebigen x86-Rechner NAS bzw. Homeserver bzw. Virtualisierungs-Server aufbauen kann. Unraid fußt auf Slackware-Linux, baut da aber proprietäre, also nicht freie Funktionen obendrauf. Unraid muss man kaufen und seit Anfang letzten Jahres muss man bei den günstigeren Lizenzen jährlich für Updates blechen, und zwar 36 US-Dollar pro Jahr. Will man lebenslange Updates ohne Zusatzkosten, wird eine Einmalzahlung von ziemlich happigen wie ich finde 249 US-Dollarn fällig. Diese Preispolitik wird von vielen kritisiert und ja, es gibt Open Source-Alternativen wie TrueNAS oder OpenMediaVault, für die man nicht zahlen muss und die viele von euch deshalb bevorzugen. Dann gibt es natürlich auch noch so schlüsselfertige NAS-Systeme wie von Synology, die haben auch alle solche RAID-Funktionen zum Wiederherstellen von Daten. So, das schon mal vorweg, damit hier niemand denkt, dass das hier stumpfe Unraid-Werbung ist. Ist es nicht, ich finde die Preise persönlich auch ziemlich heftig, aber ich habe meine private Lizenz glücklicherweise vor der Preisumstellung gekauft, da sind die Updates noch mit drin gewesen. Und weil ich eben Unraid benutze, ist das Video hier auch über Unraid. So, und jetzt aber Buddha bei die Fische. Ich wollte ja wissen, was jetzt genau passiert, wenn hier bei mir im Unraid-Verbund eine Platte crasht bzw. einfach abgezogen wird. Das Abziehen geht bei meinem Unraid-Nest ziemlich einfach, da hängen nämlich 2,5 Zoll USB-Platten dran. Ich weiß, davon wird normalerweise abgeraten, aber für mein Nutzungsszenario passt das so. Ich will nämlich keine Lüfter haben und weil ich das NAS oft tagelang gar nicht benutze, will ich, dass die Platten sich bei Nichtstun komplett herunterfahren. Das klappt hier mit meinem lüfterlosen und super preiskünstigen ThinClient und den USB 2,5 Zoll Platten seit ungefähr 1,5 Jahren super unproblematisch. Ich hatte bislang aber keine sogenannte Parity-Platte. Das heißt, bei einem Plattendefekt werden die Daten dieser Datenplatte futsch. Den Gedanken fand ich ein bisschen unangenehm, weshalb ich dann endlich mal eine Parity-Platte gekauft habe. Übrigens eine 6TB WD My Passport. In meinem Array sind ungefähr die Hälfte Seagate und die Hälfte WD. Die WD-Teile haben den Schönheitsfehler, dass die sich zwar runterfahren, aber hier im Unraid-Interface trotzdem als aktiv angezeigt werden. Die Seagates werden immer korrekt im Standby dargestellt. Wie gesagt, nur ein Schönheitsfehler, weil runtergefahren sind auch die Western Digitals, sieht man halt noch nicht. Und was halt der Vorteil bei WD ist, die gibt es bis 6TB, Seagate nur bis 5. Zumindest habe ich noch keine 2,5 Zoll 6TB Seagates gesehen. Parity-Platte dran, als Parity zuweisen in Unraid und dann dauert das erstmal. Bei mir einen ganzen Tag lang. Wichtig ist bei der Parity-Platte übrigens, dass die mindestens so groß ist, wie die größte einzelne Datenplatte. Ja, und als das Parity-Ding dann hier bei mir lief, habe ich mich dann wirklich getraut. Ein bisschen gezögert, aber ja, habe ich mir getraut, eine Platte einfach während der Laufzeit abzuziehen. Durchatmen, abziehen. Ja, dann hat Unraid da dann auch so ein Kreuz angezeigt. Da steht dann, Platte deaktiviert, Inhalt Emulierte. Ja, und war dann auch so, ich konnte da dann immer noch drauf zugreifen. Also tatsächlich, alles was da drauf ist, konnte ich noch lesen. Sehr langsam zwar, aber ging. Ganz cool, finde ich. Wenn jetzt allerdings mit einer anderen Platte was passieren sollte, dann sind die Daten von beiden Platten für immer futsch. Es sei denn, ihr habt zwei Parity-Platten, das geht auch in Unraid, dann dürfen zwei Datenplatten ausfallen. Ja, aber wie gesagt, eine ist weg und deshalb lieber eine neue Platte anstöpseln und die Daten rekonstruieren lassen, damit man wieder sozusagen ein Leben frei hat, damit wieder eine Platte ausfallen darf. Kurz mal eingeschoben, Unraid ist kein Backup. Das solltet ihr auf jeden Fall zusätzlich einrichten. So, jetzt aber weiter. Also, neue Platte reingehängt, diesmal auch eine 6TB-Platte und dann die 5TB-Platte, die da nicht mehr dranhängt, auf der 6TB-Platte rekonstruieren lassen. Auch das dauert wieder lange, auch wieder ein ganzer Tag. Was aber cool ist, als das fertig war, hat Unraid nicht einfach mit den 5TB wie auf der alten Platte weitergearbeitet, sondern vollautomatisch das zusätzliche TB im Array zur Verfügung gestellt. Und das ist halt einer der großen Vorteile von Unraid gegenüber normalen Raids, dass man sehr flexibel mit den Platten sein kann. Das heißt, man kann zum Beispiel einfach Platten hinzufügen, ohne das ganze Array auf allen Platten neu schreiben zu lassen. Und wenn doch mal irgendwas nicht klappt, dann sind die Daten einfach noch ganz normal auf den heilen Platten lesbar. Also, ich sag mal, ihr habt irgendwie 8 Platten, davon gehen zwei gleichzeitig kaputt, kann euch eure Parity-Platte nicht mehr helfen, aber ihr könnt von den 6 Platten, die da noch dran sind, könnt ihr die ganzen Daten noch lesen. Die sind alle noch heile. Bei den klassischen Raids ist das in vielen Fällen anders. Das klassische Raid 5 arbeitet zum Beispiel zwar auch mit Parity und kann auch den Ausfall einer Platte kompensieren, aber Raid 5 verteilt die Daten über alle Platten. Sollten also mal zwei Platten ausfallen, dann ist auch auf den restlichen heilen Platten alles weg. Allerdings hat klassisches Raid Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Unraid, eben weil es die Daten striped, also verteilt. Unraid ist im Grundzustand sehr langsam beim Schreiben, weil jeder Schreibvorgang vier IO-Vorgänge verursacht. Lesen und schreiben auf der Parity-Platte, Lesen und Schreiben auf der Datenplatte. Dafür können aber auch alle anderen Platten weiterschlafen, wenn auf eine andere Platte was draufgeschrieben wird. Bei Raid 5 sind beim Schreiben und Lesen immer alle Platten aktiv. Ja, und obwohl ich hier 2,5 Gigabit-Netzwerk habe und die Platten alle schon so ungefähr 100 Megabyte die Sekunde können, habe ich beim Schreiben mit Parity bei Unraid so ungefähr, sagen wir mal, 30 Megabyte pro Sekunde. Aber man kann sich da helfen. Ich habe nämlich eine kleine SSD in meinem Home-Server, die habe ich als Cache in Unraid konfiguriert und da wird dann standardmäßig immer alles erstmal draufgeschrieben und dann kriege ich in der Praxis immer stabile über 110 Megabyte die Sekunde. Das reicht mir total. Die Daten werden dann immer nachts vom sogenannten Mover automatisch auf das Array geschoben, allerdings sind die auch dann erst mit Parity ausfallgeschützt, wenn die auf dem Array sind. Wenn sich vorher die SSD verabschiedet, sind die Daten leider weg. Aber wie gesagt, Unraid oder Raid ist halt kein Backup. Auf der Cache-Partition liegt übrigens auch meine Home-Server-Software, also sowas wie AdGuard, Home oder Plex als Docker-Container, da geht es ja um schnelle Zugriffe. So, jetzt kommt gleich mein Fazit und danach erkläre ich den ganz Wissbegierigen unter euch, wie das genau mit dieser Parity funktioniert und warum Parity-Laufwerk tatsächlich nahezu beliebig viele Datenplatten absichern kann. Tatsächlich ist das sogar für mich mathematisch einleuchtend, obwohl ich, ich sag mal, nicht der größte Mathe-Experte bin. Das ist, ja, und können die auch noch Härte ausdrücken, machen wir nicht. Aber wie gesagt, erstmal das Fazit. Ich muss echt sagen, dass ich seit diesem Experiment hier definitiv ein bisschen ruhiger schlafe, weil sich das einfach gut anfühlt, dass hier mal eine Platte abrauchen kann und die Daten dann nicht futscht sind und ich auch einfach ohne viel Hassle zusätzliche Platten ins Array hängen kann, wenn ich mehr Platz brauche. Mit konventionellem Raid würde das nicht so einfach gehen und deshalb ist Unraid für meine Zwecke super geeignet, weil mich auch dank meiner Cache-Lösung das langsame Schreiben überhaupt nicht stört. Und dieses On-The-Fly-Rekonstruieren der nicht vorhandenen Platte fühlt sich tatsächlich zuerst ein bisschen wie Zauberei an, aber sobald man das zugrunde liegende Prinzip verstanden hat, nicht mehr. Das geht nämlich so. Hier mal am Beispiel von drei Datenplatten. Und Daten sind ja bekannt nicht, also bei heutigen Computern Nullen und Einsen, binär. Also viele Nullen und Einsen. Der Datenstrom auf der ersten Platte zum Beispiel beginnt mit 001101 und so weiter. So, und ohne Parity-Platten wären die Daten einfach weg, wenn eine Platte kaputt geht. Mit Parity-Korrektur wird nun einfach immer geguckt, ob die Summe der Bits aller Platten an einer Stelle gerade oder ungerade ist. Also hier ist das erste Bit aller drei Platten 0, also gerade. Parity speichert also 0 für gerade. Und jetzt das zweite Bit ist hier zweimal 0 und bei der dritten Platte 1. Ungerade. 0 plus 0 plus 1 ist 1, ist ungerade. Deshalb speichert Parity 1. Beim dritten Bit ist die Summe auch ungerade, also auch 1 und so weiter. So, und jetzt nehmen wir mal an, dass Platte 2 wegbröselt. Nullen und Einsen sind alle nicht mehr da. Aber mit den Informationen auf der Parity-Platte und den restlichen Datenplatten kann das rekonstruiert werden. Hier das erste Bit zum Beispiel 0, sagt Parity. Die anderen beiden Platten haben auch 0, also alles gerade. Dann muss der Inhalt auf der abgerauchten Platte also auch 0 sein. Hier beim zweiten Bit zeigt Parity 1 und Disk 1 zeigt 0 und Disk 3 zeigt 1. Dann muss das fehlende Bit auf Platte 2 0 sein. Denn wäre es 1, würde ja die Summe aller Datenplatten-Bits 2 ergeben. Und das wäre ja gerade. Habt ihr gecheckt? Genau, auch wenn man ganz viele Platten hat. Man kann dann immer wirklich sehen, ist das eine 0 oder eine 1? Kann man, wenn man alle Werte addiert und sich dann Parity anguckt, dann kann man halt gucken, ist Parity dann noch richtig, wenn ich dann eine 0 reinmache? Wenn nicht, dann wird es eine 1 sein. Und so lassen sich alle Daten rekonstruieren. Also ich finde es faszinierend. Ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. Also Mathelehrer wird nicht mehr aus mir, glaube ich. Aber ich hoffe, es hat trotzdem geklappt. Und ja, was sagt ihr? Ist Unraid eine gute Sache? Oder sagt ihr, ne, 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 ich will Open Source. Und da dann Hardware-Raid 5. Oder halt das ZFS-Dateisystem nutzen, was ja die meisten Linuxer out of the box können. Das hat auch solche Funktionen. Ja, gerne in die Kommentare schreiben und natürlich abonnieren. Ja, tschüss.